Was der Superbowl mit dem Aktienmarkt zu tun hat und worauf Sie achten sollten, wenn Sie Finanznachrichten lesen, erfahren Sie im heutigen Video. Wenn Sie Football-Fan sind, haben Sie am vergangenen Wochenende sicherlich den Superbowl verfolgt. Aber auch wenn nicht, wurden Sie sicherlich mit Spielanalysen, Statistik zu absurden Ticketpreisen bzw. der berühmten Halbzeitshow versorgt. Oder aber, Kollege hat ja nicht über die letzten Bundesliga-Ergebnisse philosophiert, sondern ist am Montag ins Büro gekommen und hat über den Superbowl philosophiert. Aber was hat das mit den Kapitalmärkten bzw. mit den Aktienmärkten überhaupt zu tun? In den 1970er Jahren stellte ein Sportjournalist den sogenannten Superbowl-Indikator vor. Dazu muss man wissen, Superbowl ist das jährliche Meisterschaftsspiel, wo die Sieger der beiden Playoffs, der beiden Ligen gegeneinander antreten. Wir haben in den USA einmal die American Football Conference, kurz AFC, und wir haben auf der anderen Seite die National Football Conference, kurz NFC. Die beiden Sieger der Playoffs-Spielen treten im Superbowl gegeneinander an. Und der Superbowl-Indikator sagt jetzt, gewinnt ein Team der AFC, wird das Aktienmarkt ja schlecht, geht mit einem Verlust raus, gewinnt hingegen ein Team der NFC. Ja, haben wir ein gutes Aktienmarktjahr und der S&P beispielsweise geht mit einem Plus aus dem Jahr heraus. Was anfänglich ja als unterhaltsame Kolumne startete, sorgte seitdem eigentlich jedes Jahr wieder für neue Schlagzeilen. Woran liegt das? Das ist primär an der sehr guten oder sehr hohen Prognosequalität. Bis Anfang der 1980er Jahre lag die Trefferquote bei 100 Prozent, bis Ende der 90er Jahre immerhin noch bei, oder bei sagen und schreiben 90 Prozent. Und ja, bis zum aktuellen Rand liegt die Trefferquote des Superbowl-Indikators bei rund 68 Prozent. Scheint also ja besser als ein einfacher Münchswurf zu sein. Wenn Sie sich jetzt aber fragen, was hat der Ausgang des Superbowls mit der Aktienmarktentwicklung zu tun, dann haben Sie gut aufgepasst. Denn natürlich besteht hier kein kausaler Zusammenhang. Warum sollte die Nachfrage nach US-Aktien steigen, wenn ein Team der NFC den Superbowl gewonnen hat? Ähnlicher Erklärungsgehalt hat beispielsweise die Lottozahlen oder die Pollenbelastung. Mit anderen Worten, Korrelation impliziert keine Kausalität. Nicht nur in der Finanzwelt, sondern überall dort, wo mit Daten gearbeitet wird, können sogenannte Scheinkorrelationen auftreten. Was bedeutet das? Scheinkorrelationen beschreiben den Zusammenhang, dass zwar zwei Variablen, beispielsweise Ausgang des Superbowls und Aktienmarktentwicklung, sehr hohen Gleichlauf aufweisen, diese allerdings auf keinen kausalen Zusammenhang zurückzuführen ist. Stattdessen ist er entweder rein zufällig oder aber er resultiert aus einer Abhängigkeit zu einer dritten Variable. Die Grundproblematik lässt sich an einem einfachen Beispiel sehr schön veranschaulichen. Denn ja, zwischen dem Eiskonsum und dem Anteil der Menschen mit einem Sonnenbrand weist typischerweise ein sehr hohen Gleichlauf auf. Bedeutet das nun, wenn man Eis ist, jetzt die Gefahr steigt, einen Sonnenbrand zu bekommen? Oder auch umgekehrt? Nein, natürlich nicht. Dieser Gleichlauf zwischen Eiskonsum und Sonnenbrand geht auf eine dritte Variable, nämlich Jahreszeit bzw. das Wetter zurück. Denn typischerweise ist im Sommer, wenn die Sonne scheint, sowohl der Eiskonsum höher und auch gleichzeitig natürlich der Anteil der Menschen mit einem Sonnenbrand. Grundsätzlich wird in der Finanzwelt sehr viel Aufwand damit betrieben, Variablen zu finden, die die Aktienmarktentwicklung vorhersagt. In Zeiten, wo Daten keine Mangelware sind, sondern vielmehr im Überfluss vorhanden sind, braucht man etwas Spitzfindigkeit, Kreativität und Ausdauer, um auch hier fündig zu werden. Allerdings besteht hier die Gefahr des sogenannten Overfittings. Das bedeutet, bis zum aktuellen Zeitpunkt haben diese Variablen eine sehr hohe Prognosequalität, können also den Aktienmarkt sehr gut vorhersagen. Alles in Sample. Im Blick nach vorne allerdings, also out of Sample, lässt die Prognosequalität allerdings nach. Und spätestens dann wird deutlich, dass hier kein kausaler Zusammenhang vorlag. Bestes Beispiel ist erneut der Superbowl-Indikator, der wie gesagt bis Ende der 90er Jahre eine sehr hohe Prognosequalität aufwies. Jetzt aber in den letzten Jahren doch deutlich vergleicht zu seiner ursprünglichen Prognosequalität Einbüße hinnehmen musste. Natürlich hat der Superbowl-Indikator einen gewissen Unterhaltungswert. Allerdings sollten Sie Ihre Anlageentscheidung nicht natürlich auf den Ausgang des Superbowls ausrichten. Wenn Sie also das nächste Mal Finanznachrichten lesen oder sich interessante Statistiken zu den Finanzmärkten und Aktienmarktentwicklungen anschauen, behalten Sie insbesondere die Gefahr des Overfittings bzw. von Scheinkorrelationen im Hinterkopf und lassen Sie sich hier nicht aufs Glatteis führen.